Als Lob in der DDR Dort ist dir ein Fanfreitag auf der DDR MKW Hallo liebe Fans, heute ist wieder Fanfreitag, ihr könnt ein Trikot gewinnen, ich wollte mich eigentlich noch einmal bei allen euch bedanken, ich hatte hier Eine sehr, sehr schöne Zeit und ich werde die Zeit hier nie vergessen. Alles, was ihr tun müsst, ist das Facebook-Post nur weiter teilen. Vielen Dank.